Willkommen in diesem Ford B-Max Titanium, der schon bald vor Ihrer Tür stehen könnte. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses B-Max erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Die Schiebetüren hinten erleichtern den Einstieg. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Die Sennzoll-Leichtmetallfelgen unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem B-Max schützt Sie rundum. Mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne und vielem weiteren. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für bestes Wohlfühlen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem eleganten Ford B-Max Titanium und seinen umfangreichen Ausstattungen werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.